Hallo Leute, herzlich willkommen wieder bei der nächsten Folge von Philout 4 Uni. Wir sind in diesen Halle, Weisskippball Halle, sagen wir so. Wir haben ja gar nicht gehört. Irgendwo haben wir ja reingegangen, das war glaube ich vor zwei Wochen haben wir den Monster gekillt. Die Empfindlichkeit meiner Sensoren muss eindeutig neu eingestellt werden. Jojo. Seltsam, offenbar eine Fehlfunktion meiner Sensoren. Nein, nein, keine Fehlfunktion. Warum verstecken Sie sich? Weil ich hab Angst. Planen Sie einen Hinterhalt. Bewertung. Sie müssen sterben. Wow, wow. Hörst du das? Nein. Ich höre gar nichts. So zufällig. Stelle getarnte Aktivitäten fest. Netter Versuch, Arsch. Aha. Äh, was? Was? Wo? Oh. Irgendwas hab ich geentdeckt. Du willst doch einem Mädchen nicht wegtun, oder? Das ist alle. Die mehr hat hier nicht drauf. So. Das brauche ich für... Ist das gut aus? Ah, ja. Oh. 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 Komm. Wohin. Der wollte irgendwie nicht. Hey, was... Ah, ja. Das ist die Waffe. So viele haben wir nicht geschwunden, oder? Oder was? Was? gott sei denn habe ich hier nachgeschaut ohne scheiß was habe ich hier geschwunde schönes weg das nehme ich das umgehen weiter und die kühlen noch und nein scheißmaschine das war schabend ich nehme trotzdem so das nehme ich das nehme ich auch haben wir was schönes? Bierflasche nur hier ist gar nichts Türe hallo hallo oh nice oh wie süß bitte zeigen sie sich nein ich habe Angst der knallt erstmal das ja jo schön ich habe mich getäuscht keinen feind der bewegung entdeckt seltsam ist da jemand anwesend? nein ich habe mich getäuscht keinen feind der bewegung entdeckt seltsam ist da jemand anwesend? ich weiß nichts davon dass jemand sollte hier sein außer mir ist niemand hm überaktive sensoren wer nicht scheint nichts zu sein vielleicht müssen meine sensoren kalibriert werden wer weiß vielleicht ach du schande so so suchen wir Klammer nein eh ohne ohne sonst gibt es kein Klammer nein 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 das kann das nicht sein das gibt es kein Klammer nein 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 halt halte hä ach hier ist eine ist weg oder? hoffe ich ja sonst werde ich stinksauer da äääh ääääh äääh ach hier auch aha muss ich noch mal schauen na 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 so 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 nein Nein, schade. Aha, Smiley. Hey, ohne Scheiß gibt es wirklich nichts. Muss echt Scheiß schwer sein. Den kann ich so sagen. Alter. Oh, meine Güte. Aber ohne Scheiß, es gibt es wirklich gar nichts mehr. Komm, versuchen wir. Scheiße, nein. Tab, verlassen, nochmal rein. Das ist für mein Start. Scheiße, warum machen wir so? Weil das ist so wenig. Den da. Den da. Oh, ich bin da. Scheiße. Den da. Ja. Jawohl, geschafft. Ah. Hm. Juhu. Ja, ja. 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 Ich nehme alles. Und was hast du? Aha. Das, das. Okay. Ah. Okay. Moin, moin. Leuchttfackel. Okay. Wieso nicht? Mehr nicht. Schade. Tiefschade. Tiefschade. Was hast du? Boah, ich wollte schon abknallen. Alter, ohne Scheiß, gibt es wirklich gar nicht. Das ist Stoff. Nein, nehme ich das auch nicht. Ich suche Kleber. Super Kleber. Die Empfindlichkeit meiner Sensoren muss eindeutig neu eingestellt werden. What the fuck? Was ist das denn? Oh, Teddy Bear. Wie schön. Ich nehme mich. Ich will es euch. Nee, will ich nicht. Gibt es noch nicht? Nee, leider nicht. Ich nehme hier noch mein Platzzimmer rein. Ja, da ist immer noch was drin. Ja, das nehme ich auch mit. Gibt es hier auch noch Toiletten? Nein, nein, nein. Alter, die nervt mich. Eine Fehlfunktion meiner Sensoren. Seife. Torken? Zigarette? Ja, ist gar nicht. Okay, das könnte auch passieren. Verschlossen. Sowieso verschlossen. Cool. Ja, alter, der macht nie. Ey, Leute, das kann nicht sein. Ich weiß. Wollt ihr so schlafen? Warte, wann. Aber mit der Radio und... Akkohol ist es nochmal, aber mit der Radio, bitte. Das muss ich nicht sagen. Oder er wollte es sich umbringen, weil sein Leben war so scheiße. Das muss er nicht machen. Könnte er sagen, ich denke, ja, scheiße, mein Leben ist so scheiße, musst du mich umbringen. Aber später könnte sein, dein Eule lieben werden übergeil. Manchmal denkt man, oh. Wenn ihr überlebt diese schwierige Zeit, dann vielleicht später wird euch viel, 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 viel besser. Vielleicht werde ich ja später erreicht, wer ja weiß. So, Leben wegzunehmen, das ist so wie... Leben wegzunehmen, ja. Okay, kein guter Grund, ja. Aber, mal, Leute, muss ich wirklich das nicht machen. Oh, was haben wir da? Bingo. Yay. Pro 1. Pro 1. Pro 1. Pro 1. Pro 1. Oh, das ist auch gut. Oh, ja. Oh, Meister. Ich bin Meister. Ja, genau. Also, Gold, Uhr. Das nehme ich sofort. Das ist gut. Das nehme ich an drei. Ja, das könnte auch sein. Ja, aber so tolle Sachen... Scheint nichts zu sein. Vielleicht müssen meine Sensoren kalibriert, wie ist da jemand anwesend. Okay, du gib mir auf den Piss, du scheiß Roboter. Einer ist hier. Ich rate von feindseligen Aktionen ab. Zeit, du... Alter, ich war so schnell, der hat nicht geschafft, überhaupt, einen Schuss zu machen auf mich. Verdammt, was zum Teufel ist hier passiert. Essen... Nein, danke. Medics reicht mir vollkommen. Äh, was ist das? KB... Will ich nicht. Kühlschrank, was heißt... Äh, okay. Schnurmel. Müll. Kleber. Das muss ich nehmen. Kocheplatte. Seife, ja, im dreckigen Raum, Seife. Was ist das? Stahl. Nein, will ich nicht. Ja. Was ist das? Ich schaue einfach alles durch. Das ist der Eimer. Das brauche ich nicht. Ah, das brauche ich auch nicht. Zigaretten. Alter, gibt es nicht, äh, Sinnvolles? Oh, was haben wir hier? Ist es zu? So. Das wär's. Ah, okay. So, ganz tolles gibt es nicht. Money? Oh, Schlüssel. Wofür? Wahrscheinlich fällt dieser Koffer an. Ich suche einfach. Nein, 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 nein. Ja. Was ist das? Ah, ne, mich einfach. Hi, Kate. Na, alles klar. Vierter Schritt? Ja, ist gut. So. Gehen wir nach oben. Lange können Sie nicht unentdeckt bleiben. What? Nein. Fuck. Ist das nicht wahr? Ist das fucking nicht wahr? Nein. Sag nicht nochmal. Nein. 14 Minuten gelaufen. Und vielleicht, das war ein Überraschungsangriff. Ich rate von feindseligen Aktionen ab. Komm, komm, komm. Seltsam. Offenbar eine Filmposition meiner Sensoren. Wo bist du, Schatz? Mir wurde gesagt, dass ich die Kinder an einen sicheren Ort in der Nähe des Fitnessstudios bringen soll. Geht es dir gut? Die Kinder haben Angst. Das ist alles nur meine Schuld. Ich habe dich davon überzeugt, dass wir all das hier für den schlimmsten Fall brauchen. Jetzt schau, was passiert ist. Alles meine Schuld. Wenn du zurückkommst... Moment. Die Kleine hat wohl Hunger. Pssst. Alles gut, mein Baby. Nicht weinen. Alles ist gut. Man, wir sind wahr. Hör zu. Wenn du zurückkommst, verschwinden wir von hier. Sollen sie diesen Ort jedoch haben. Wir brauchen ihn nicht. Ich liebe dich, Schatz. Bis bald. So. Kuckuck. Doch. Ich kann so lange und unentdeckt bleiben, wie ich will. Weil ich bin so OP. Ja, so OP, dass ich gerade gestorben bin. Super. Sie müssen jetzt sterben. Mensch. Ja, du musst auch gleich sterben. Das nehme ich. Das nehme ich. Alles bleib ich. Bleibt. Bleib ich. Alles bleib ich. Das nehme ich. Boah. Wo? Wo? Wer ist das? Was war falsch? Scheint nichts zu sein. Vielleicht müssen meine Sensoren kalibriert werden. Äh, nein musst du nicht. Äh, Kate ist langsam aggressiv. So, das nämlich... Ajo, lassen wir einfach. Okay, Kate, Kate. Och ne, nur diese Tür muss ich ja halten. Das? Oder das? Nein! Die, die, das, jawoll, haben wir schon. So. Ungefähr weiß ich, was da ist. Also nichts neues Kist kommt, okay. Alles? Scheinbar. Cool wäre, wenn bei diesen Kisten, könnte man was noch greifen. Aber leider ist es nicht so. Ich und Angst. Bist du, äh, wahnsinnig. Ich hab keine Angst von dir. Jetzt zeig ich dir, wo Hacken liegt. Ja. Aber... Ich muss erstmal schnell alles sammeln, was ich... Sammeln sollte. Hier ist jetzt gar nichts. Korken? Zigaretten? Nein, will ich nicht. Jetzt muss ich noch heken. Hey, geh schon. Ja. Ah ja. Das ist alles, was ich brauche. Ja. Der ist tot mit dem Radio. Nein, 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 nein. Hier nix tolles. Ah, der... Ausgezeichnet. Höchentlich ist das Lesen unserer Zeit wert. Äh, nein. Ja, geh schon. Cool. Was hast du? Äh, das war... Das nehme ich. 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 Und alles. Machen wir weiter. Boah. Kate. Fass da bitte auf dich ab. Ist hier jemand mit nem Bulldozer durchgefahren? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Hier war glaube ich nix interessantes. Eigentlich. Hier. Geschafft. Das. Das. Okay. Eventuell das. Und hier war noch... Schlüssel oder irgendwas ähnliches. Stand Zigaretten. Stange Zigaretten. Gute Marabouro. Endmark dabei. Warte. Speicher. Speicher. Speicher.